Hallo zusammen, ich grüße euch im Namen des Herrn Joshua Maschia. Joshua sagt uns, zurück zum Wort, und zurück zum Wort heißt einfach, zurück zu Joshua Maschia. Ich habe also ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema heute, und ich glaube, das ist also eine unserer großen Krankheiten in der Gemeinde, Christian, also heutzutage. Und dieses Thema ist also sehr, sehr wichtig, und ich bete, dass alle, die das hören, auch Buße tun, genauso wie ich Buße getan hatte, weil, als der Herr Joshua mich also da gelehrt hatte, musste ich, musste ich einfach Buße tun. Es ist also ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema. Also, das heißt, nehmt es wirklich ernst und verteilt weiter, gebt also die Geschwister, gebt also die Leute überall, es ist sehr, sehr wichtig. Halleluja. Joshua Maschia, danke für dein Wort, danke für, was du in unserem Leben tust, Herr. Danke, dass du uns die Gelegenheit, die Möglichkeit gibst, umzukehren, zurück zu dir zu kommen. Danke, Joshua Maschia. Amen. Unser Herr gibt uns immer die Möglichkeit, Buße zu tun. Und das ist also die Botschaft. Joshua kommt zurück und er will seine Gemeinde holen. Aber welche Gemeinde, welche Menschen? Die Menschen, die warten auf Joshua Maschia. Die Menschen, die versuchen, die tun alles, zurück zu ihm zu gehen, mit ihm zu sein, bei ihm zu bleiben, sein Wort zu tun. Sogar, wenn wir nicht so perfekt sind, aber wir trachten, wir rennen, wir laufen Richtung dieser Perfektion. Joshua Maschia, unser Herr. Halleluja. Und, liebe Geschwister, der Herr spricht zu uns. Joshua spricht zu jedem. Und, die Bibel sagt, nehmen wir, die Bibel sagt, also in, 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 Hesäkiel Kapitel, Hesäkiel Kapitel 33. Seht ihr das? Ich hoffe, ich mache das ein bisschen größer. Hesäkiel Kapitel 33, also Vers, Vers 11. Wir werden also auf diese Kapitel nochmal zurückkommen. Also, Vers 11 sagt er, hier. So spricht zu ihnen, so war, als ich lebe, spricht der Herr. Ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern, dass sich der Gottlose bekehre von seinem Wesen, von seinem Wesen und Lebe. So bekehrt euch doch nun von euren bösen Wesen. Warum wollt ihr sterben, ihr von Hause Israel? Nehmen wir mal also eine andere Version, also Schlatter. Dann werden wir zurück, also wir gehen wieder in die BIM. Vers 11, das ist also Ezekiel 33. Und dann nehmen wir nochmal diese Vers 11. Vers 11 macht das also größer. So. Sprich zu ihnen. Also, Gott, Elohim, spricht zu Ezekiel und sagt, So war ich lebe, spricht Gott, der Herr. Ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehrt von seinem Weg und Lebe. Kehrt um, kehrt um von euren bösen Wegen. Bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben? Oh, Haus Israel. Bleiben wir erstmal also nur in diesem Vers 11. Also der Herr spricht also von, er sagt also, Kehrt um, kehrt um von euren bösen Wegen. Aber der Punkt ist also, wenn wir diese Vers also lesen und man denkt, ja, Gott spricht also zu den Gottlosen, weil Gottlosen klingt sowas wie, ja, da sind Leute, die nicht an Gott glauben, die keinen Gott haben, die keinen Elohim haben. Aber ich gehe mal zurück also in die BIM. Da muss man also genau dieses Wort Gottlose mal in Hebräer gucken, was das genau bedeutet. Also hier steht, das ist also auf Hebräisch, Rasha. Rasha, ich hoffe, ich sage das also richtig. Aber hier steht unten auf Englisch Wicked, Criminal. Also das ist die Bedeutung. Wicked heißt einfach böse. Es heißt einfach böse. Criminal, guilty one, one guilty of crime. Das heißt also jemand, der hat also ein guilty of crime. Schreiben wir mal also, geben wir mal also in auf Englisch. Guilty. Was bedeutet guilty? Auf Deutsch. Guilty. Guilty, guilty, schuldig. Also jemand, der schuldig ist. Dann Wicked. Für die Leute, die kein Englisch verstehen. Also Wicked. Wicked bedeutet böse. Also Gottlose hier bedeutet wicked, also böse, schuldig. Schuldig und also einfach jemand, der in der Sünde gefallen ist. Und hier steht also Wicked, Wicked, C, Wicked, guilty of sin. Also sin bedeutet Sünde. Das heißt schuldig auf Sünde. Jemand, der in der Sünde ist. Jemand, der in der Sünde gefallen ist. Also das bedeutet, dieser Vers ist nicht nur für die sogenannte Gottlose, wie wir das also verstehen. Leute, die keine Beziehung mit dem Herrn haben. Leute, die nichts, also das hat nicht nur mit Unchristen zu tun. Nein. Christen sind auch da drin. Leute, die böse was tun. Leute, die in der Sünde gefallen sind. Leute, die einfach schuldig sind. Leute, die was, die, die blödlich, also böse Wege genommen haben. Du hast also an Gott geglaubt, aber du bist auf dem falschen, blödlich also auf dem falschen Weg. Das kann man auch, das kann man auch so sehen. Also, und der sagt, kehrt um, kehrt um. Also in Vers 11 wieder, Gottlosen, sondern dass sie, also Gott, unser Herr, hat keinen Gefallen am Tode des Gottlosen. Keine Gefallen. Also das bedeutet, es tut ihm nicht gut. Es ist, es ist nicht sein Plan. Er will nicht, dass wir, dass wir in unserer Sünde sterben. Also er tut alles, damit wir umkehren, damit wir unsere böse Wege verlassen. Wir kehren um und gehen zu ihm. Halleluja. Liebe Geschwister, die Krankheit in der Gemeinde heutzutage, Die Frage, die ich mich also immer, also als der Herr mir das also gezeigt hatte, die Frage ist, wir Kinder des Herrn, haben wir auch diese Mentalität? Haben wir auch diese Mentalität, dass wir keine Gefallen am Tode der Sünder, die Leute, die schuldig sind, wenn jemand etwas Falsches tut, wenn jemand also in der Sünde lebt, wenn jemand also, haben wir überhaupt Mitleid? Ich hatte schon mal so von diesem Mitleid einmal also in einem Treffen gesprochen. Haben wir das? Weil unser Herr hat keine Gefallen. Keine Gefallen. Und letztes Mal hatte ich was also gelesen. Ich war, wisst ihr, wenn wir die Bibel lesen, und das Ziel ist also, dass Gott, dass der Herr zu uns spricht, und damit wir umkehren, damit wir besser werden, damit wir nur in seinem Gegenwart bleiben können. Was bringt es also, wenn wir das Wort lesen, und das Wort verändert uns nicht? Weil es gibt Leute, also manchmal lesen wir das Wort, und wir denken an andere. Wir sind da, ja, aber das spricht nichts zu mir, also es hat also mit anderen Leuten zu tun. Nein, das Wort soll erstmal dich also verändern. Halleluja! Und ich war also in, ich gehe mal zurück, also zum Schlatter, ich hatte was gelesen, das war in Johannes, Johannes Kapitel, Johannes Kapitel 8. Habe diese Geschichte gelesen, und dann war ich buff, baff, und ich sagte, wow, Herr. Und der Herr sprach zu mir, und sagte, so seid ihr, so seid ihr heutzutage. Also, Johannes Kapitel 8, Vers 1. Nicht vergessen, wenn wir sagen, zurück zum Wort, der Herr sagte, wir sollen also die Werke des Finsternis also aufdecken, und was wir gerade tun, was ich gerade, was ich versuche, gerade, sind diese böse Werke des Finsternis auch aufzudecken, damit wir alle, alle erkennen, das ist also eine Krankheit in der Gemeinde heutzutage, und diese Krankheit müssen wir einfach rausnehmen. Ich musste richtig Buse tun, weil ich, ich habe einfach gemerkt, das passiert so oft in der Gemeinde. Guck mal, Jesus aber ging an den Ölberg. Vers 1, also wir sind jetzt in Johannes Kapitel 8, Vers 1, genau, und jetzt lese ich also Vers 2, und früh am Morgen kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Also, die haben mal sowas von Jesus gehört. Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war, stellten sie in die Mitte, Könnt ihr euch also vorstellen, liebe Geschwister? Also, die haben diese Frau beim Ehebruch erwischt. Also, stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst nun du? Oder was sagst du? Also, erst mal, könnt ihr euch also vorstellen, was das für eine Demütigung war für diese Frau? sie war so gedemütigt, also, du machst etwas Falsches und man stellt dich also so in der Mitte von so vielen Leuten, hu, da hat diese Person, diese Person hat also Ehebruch begangen. Liebe Geschwister, denkt mal an alle eure Sünden, alle unsere Sünden, alle Momente, alle Sünden, die wir getan haben, alles, was wir in unserem Leben, bösen Sachen, die wir getan haben, steht euch vor, man bringt euch also so in so, wie sagt man, so ein Stadium, man steht euch da in der Mitte und sagt, guck mal, dieser Mann hat das und das gemacht. Und dann sagt er, also im Vers 5, im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Also für sie waren sie also in so, die waren also im Recht, also in ihr Recht, diese Frau zu steinigen. Da sind sogar Leute mit Steinen gekommen, die waren schon also, die waren schon bereit zu steinigen, weil das Gesetz es sagte. Da sagten sie aber, also Vers 6, da sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Jesus aber bügte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Die Bibel sagt also, alle haben gesündigt. Wie alle? Wir haben alle gesündigt. Wir haben alle falsche Sachen getan. Wir haben alle etwas Böses getan. Hat Joshua Mashiach uns direkt so vorgestellt und gesagt, ja, guck mal, der da, wir müssen ihn also steinigen? Nein. Das war Mose. Alte Bund. Was ich euch, was ich da zeigen möchte, liebe Geschwister, das ist diese Mitleid. Diese gefallen, also, diese Leute hatten gefallen an Sterben diese Frau, die hatten alle Rechte, sie muss sterben, sie muss, sie muss, sie muss, kein Mitleid. Und man stellte sie direkt in der Mitte. Sie wurde gedemütigt. Ja, sie hatte gesündigt, aber gedemütigt, blödlich in der Mitte von so vielen Leuten, weil sie was falsch getan hatte. Und Jesus sagte, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe der erste Stein auf sie. Und er bügte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie von ihrem Gewissen überführt, eine nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten bis zu den Geringsten. Also angefangen zu den Ältesten. Das heißt, die Ältesten hatten bestimmt so viel, die haben erstmal so viel Zeit auf dieser Erde schon verbracht, die hatten schon die Zeit so oft in der Sünde zu fallen, die hatten bestimmt auf ihrer Liste eine richtig lange Liste als die jüngere Leute. Und deswegen haben sie die Steine einfach fallen gelassen. Die haben sofort erkannt. Wir haben auch schlimme Sachen getan. Wir sind auch böse. Und Jesus wurde allein gelassen und die Frau, die in der Mitte stand. Jesus Joshua war allein mit der Person, mit dieser Frau. Da richtete sich Jesus auf. Vers 10 Und da er niemand sah, als die Frau, sprach er zu ihr, Frau, wo sind jene deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach niemand her. Jesus sprach zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Wow. Wow. Joshua sagte diese Frau, ich habe keine Gefallen an deinem Tod. Ich habe Mitleid. Ich will nicht, dass du stirbst, dass du in der Sünde stirbst. Haben wir noch dieses Herz in der Gemeinde? Haben wir noch diese Mentalität in der Gemeinde? Oder sind wir bereit zu steinigen? Bereit zu steinigen? Bereit die Geschwister bereit zu steinigen? Ich werde das erklären. Gehen wir zurück zu Ezekiel Kapitel 33. Dann werdet ihr das verstehen. Liebe Geschwister, ich musste selber auch Buße tun. Ohne Mitleid, ohne Liebe, wirklich, ohne Liebe werden wir nur die Leute kaputt kriegen. Also, in Ezekiel Kapitel 3, 33, vielleicht kennt ihr schon diesen Vers, aber hier spricht also der Herr zu Ezekiel und sagt also, dass er bestimmte Wächter in der Stadt liegt. Und diese Wächter, die sollen gucken, also der Herr spricht zu den Wächtern und sagt, hey, dieses Volk liegt also in der Sünde. Wenn du das Volk nicht warnst und lesen wir, lesen wir einfach, lesen wir einfach. Also, Vers 2, also, Vers 1, und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Liebe Geschwister, hört zu, hört bitte zu, was der Herr, was unser Herr uns sagt. Menschensohn, rede zu den Kindern deines Volkes und sage ihnen, wenn ich das Schwert über ein Land bringe, hier geht es also um ein Land, so nimmt das Volk des Landes einen Mann aus seiner Mitte und bestimmt ihn zu seinem Wächter. Also, das heißt, es gibt Menschen in dem Land, die vom Herrn hören und genau, also, Vers 3, wenn nun dieser, das Schwert über sein Land kommen sieht, so stößt er ins Schofarhorn, also, er nimmt also ein Horn und warnt das Volk. Das heißt, wenn es so einen Krieg gibt, also, es gibt Wächter, die sind irgendwo, die sind also direkt auf eine Mauer und sehen zum Beispiel, also die Feinde weit weg, also von weit weg also kommen und die Wächter drehen sich, also nehmen also ein Schofarhorn und blasen da drin, um das Volk zu warnen. Wenn, Vers 4, wenn dann jemand den Schal des Schofarhorns hört hört und sich nicht warnen lassen will und das Schwert kommt und rafft ihn weg, so kommt sein Blut auf seinen Kopf. Also, das heißt, wenn die Leute, der Wächter warnt und die Leute hören nicht oder sie lassen sich nicht warnen und dann passiert etwas, das ist ihre Schuld. Denn da er den Schal des Schofarhorns hörte, sich aber nicht warnen ließ, so sei sein Blut auf ihn. Hätte er sich warnen lassen, so hätte er seine Seele gerettet. Seele gerettet. Also, wenn er diese Wächter hört und sich vorbereitet und tut etwas, dann wird er gerettet. Vers 6, wenn er, wenn aber der Wächter das Schwert kommen sieht und nicht in Schofarhorn stößt und das Volk nicht gewarnt wird und das Schwert kommt und einen von ihnen weg gerafft, so wird derjenige zwar um seine Sünde willen weg gerafft, aber sein Blut werde ich von der Hand des Wächter fordern. Das heißt, die Wächter sehen und warnen nicht. und dann passiert etwas. Der Herr sagt, ja, die Leute werden sterben, aber er will diese Wächter, die Wächter werden das Blut von diesen Leuten auf ihrem Kopf haben. Also sie sind schuldig. Vers 7, also erstmal das Beispiel mit Wächter. Es hat also mit dem Land zu tun. Nun, Vers 7, nun habe ich dich, o Menschensohn, für das Haus Israel zum Wächter bestellt, damit du das Wort aus meinem Mund hören und sie von mir aus warnen sollst. Liebe Geschwister, bevor ich weitergehe, das bedeutet hier, der Herr spricht zu den Menschen und diese Wächter nehmen das Wort und geben weiter. Das heißt, für Gott zu sprechen, es ist so wichtig, es hat eine große Bedeutung. Wenn du das falsch machst, dann kriegst du Ärger. Wenn du das nicht machst, dann kriegst du Ärger. Das heißt, du sollst tun, was der Herr sagt. Alleluia. Alleluia. Vers 8. Wenn ich zu dem Gottlosen sage, das ist also was wir vorher gelesen hatten, du Gottlose, du musst gewisslich sterben und du sagst es ihm nicht. Um den Gottlosen vor seinem Weg zu warnen, so wird jener der Gottlose um seine Sünde willen sterben. aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Hallo, hallo, machen wir einen Stopp hier. Jetzt geht es nicht um ein ganzes Land, Wächter, du bekommst was von dem Herrn und der Herr sieht, wir haben schon gesagt, Gottlose sind böse, böse Wege, schuldig und so weiter. Der Herr spricht zu dir und sagt, guck mal, er zeigt dir eine Schwester, ein Bruder und 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 in einer bestimmten Situation und du sprichst, du sagst es nicht, es ist hier, wenn du, du Gottlose musst gewisse sterben und du sagst es ihm nicht, du sagst es nicht, das Problem, die Krankheit, die wir in der Gemeinde heutzutage haben und wo ich selber Böse tun musste, ich habe so geweint, als der Herr mir das gezeigt hatte, was machen wir heutzutage wir Christen? Der Herr spricht zu uns, aber wir müssen auch erst mal unterscheiden, war das der Herr oder war das die Stimme des Teufels? Nehmen wir an, der Herr hat gesprochen, der Herr zeigt dir, dass ein Bruder oder eine Schwester in einer schlechten Situation oder auf einem falschen Weg ist oder einen Fehler begehen wird und so weiter. Anstatt dieser Person zu warnen, sprichst du sofort mit anderen Leuten, weil hier steht, du sagst es ihm nicht. Das bedeutet, wenn du etwas vom Herrn bekommst, wenn der Herr dir einen Bruder zeigt oder du sollst erst mal beten und dann mit dieser Person haben unsere Krankheit in der Gemeinde heutzutage wir rufen irgendeinen Bruder und sagen weißt du was der Bruder so und so der Herr hat mir das und das gezeigt aber der Herr die erste Person die allererste Person die das erfahren muss ist derjenige der genau in deinem Traum war oder von Gott gesprochen hatte warum erzählen wir andere Leute egal wer das ist wieso wieso gehen wir nicht direkt zu unserem Bruder oder Schwester weißt du was Schwester Bruder der hat mir das gezeigt und ich glaube du musst aufpassen und aber nein was machen wir wir holen sogar sofort holen wir Zeuge ein zwei drei Leute und dann bringen wir die Person in die Mitte und sagen weißt du was der Herr hatte mir das und das und das mal gezeigt und 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 pass auf warnen wisst ihr was das bedeutet das ist genauso wie die Dame die in Ehebruch so erwischt wurde und wisst ihr warum das einigen wir haben schon also Steine in der Hand und bringen diese Person direkt in die Mitte und demütigen also die Brüder und Geschwister weißt du überhaupt was das bedeutet du bekommst was vom Herrn über deinen Bruder oder deine Schwester und was machst du du rufst jemand anders und erzählt das weißt du überhaupt was du da im Herzen von der dritten Person angepflanzt hast der hat mir gesagt die da ist also eine Hexe die da du träumst also jemand schwimmt irgendwo in einem Schwimmbad das ist eine mehrjungfrau ja und statt also mit der Person zu reden nein erzählst also Nächste weil jeder von uns hat immer seine Person mit dem wir immer redet du sprichst also mit dem da sagst du weißt du was ich hab geträumt der hat mir gezeigt dass der da da die da oder die da da das machen wird oder das so 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 wieso sprich du nicht direkt zu dieser Person und die nächste also die 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 oder die dame die das gehört oder die 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 blödlich wird sie den dieser bruder anders sehen die Liebe ist nicht mehr da man hat immer Angst auf die Person dieser Bruder diese Schwester also es wurde mir schon gesagt der ist so der ist so was soll denn das wo ist unsere Liebe wo ist unser Mitleid wir pflanzen böse Gedanken über Menschen einfach in die Herzen von den Geschwistern und deswegen sind wir böse vor dem Herrn wir sind auch böse und wir denken ja dass wir gerade Joshua Maschia dienen so du hast Angst also der Herr zeigt dir dass jemand Hexerei ausübt ja diese Person ist also eine Hexe ok ja nehmen wir an es ist wahr die Person ist wirklich in der Hexerei was tust du nimmst du diese Information und verteilt es also überall um die Person um die Person die also diese sogenannte Hexe ist nicht mal informiert also dass du schon also seinen Namen überall so ja beschmutzt hast überall also das bedeutet Joshua Joshua der so mächtig ist er zeigt dir also über jemand der in der Sünde lebt und was tust du du verbreitet es glaubst du dass also die Person also diese Hexerei blablabla der Grund warum der Herr das gezeigt hat war bloß nein Joshua zeigt es damit du für die Person betest damit du etwas also du musst aufpassen wie du also mit der Person um gehst du musst also für die Person zuerst alle ersten mal beten beten und weinen vor dem Herrn damit diese Person umkehrt Buße tut aber nein du gehst rum und erzählt bla 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 und die Leute haben blödlich Angst vor der Person diese Person kann also in der Hexerei sein aber trotzdem tief in seinem Herz schreien aber was ist dann wenn die Information falsch ist weil der Teufel auch spricht der Teufel gibt auch also Visionen der Teufel gibt auch falsche Lehre und du verbreitest also sowas wieso sprichst du nicht direkt zu dieser Person wieso betest du erstmal nicht lange für die Person das ist die Krankheit in der Gemeinde ich habe sogar so ein Wort dafür gesucht ich sagte so die Steinigungsmentalität oder die Mentalität der Steinigung oder die Leute nur zu steinigen bereit zu steinigen und wenn irgendwann mal etwas passiert dann sagt der Herr hat mir schon gesagt alle sind schon informiert was ist das was ist das wir müssen umkehren wir müssen Buße tun in Ezekiel Kapitel Ezekiel 33 er sagt und es ist eine große Verantwortung wenn wir wenn der Herr uns etwas über eine Person zeigt wenn ich zu den Gottlosen sage du Gottlose du musst gewisslich sterben und du es ihm nicht und du sagst es ihm nicht um den Gottlosen das ist Vers 8 um den Gottlosen vor seinem Weg zu warnen so wird jener der Gottlose um seine Sünde willen sterben aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern haben wir daran gedacht haben wir überhaupt daran gedacht der Herr wird also sein Blut von unseren Händen fordern weil wir die Person nicht gewarnt haben 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 aber wie soll man die andere warnen in der Liebe in der Liebe weil das Ziel das Ziel ist dass die Person umkehrt das heißt wir freuen uns von jeder einzelne Schritt Richtung Buße wenn diese Person gewisse Buße Zeit gewisse da freuen wir uns wir wollen die Person sogar in der Hand nehmen und weiter aber nein wir haben uns so daran gewöhnt immer jede Person irgendwelche dazwischen irgendwas zu erzählen du sagst was und da gibt es auch noch eine schlimme Krankheit also eine verrückte schlimme Krankheit wieder das ist die gleiche Krankheit diese Erzählerei bla bla du gehst zu dieser Person und sagt weißt du was der Herr hat mir das und das und das gezeigt der Typ hört das statt mit dir zu reden seine Meinung zu geben geht zu einer dritten Person oder vierte Person und erzählt der Bruder hat das von mir so geträumt und so bla 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 und erzählt und er gibt nicht mal seine Meinung verteilt das überall und du bist da du hast keine Ahnung dass diese Person seine Meinung überall verteilt hat guck mal der da er hat geträumt dass ich und so und so ja bla 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 ja der Teufel hat zu ihm gesprochen wieso sagst du das nicht also derjenige der diesen Traum bekommen hatte du stehst überall 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 pflanzt also pflanzt böse Gedanken in den Menschen um dich deine Leute er hat seine Leute du hast also deine Leute was was ist das für eine Krankheit in der Gemeinde wir müssen Buße tun ich als Erster musste Buße tun ich als Erster als ich das bekommen hatte ich sagte Herr bitte vergib mir vergib mir vergib mir Herr wenn du aber den Gottlosen also Vers 9 wenn du aber den Gottlosen vor seinem Weg damit er davon umkehrt und er von seinem Weg nicht umkehren will so wird er um seine Sünde willen sterben du aber hast deine Seele gerettet fertig fertig die Krankheit diese Krankheit in der Gemeinde etwas ja du nimmst etwas eine Information hier bringt links recht und und erstmal du die Person also ein Bruder bekommt was also von dem Herrn über eine Schwester statt mit dieser Schwester zu reden nein was macht er er ruft das an andere Bruder oder eine andere Schwester und erzählt ja ich hab das und das und das ich hab die Schwester so die Schwester in diese Situation gesehen bla 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 weißt du was du da in den Geschwister eingepflanzt hast du hast keine Ahnung was das ist die erste Krankheit die zweite Krankheit du bringst die Information zu dieser Schwester weißt du Schwester der Herr hat mir das und das und das gezeigt was passiert also in dieser zweiten Krankheit diese Schwester bekommt die Information von dir gibt nicht mal ihre Meinung teilt nichts geht nicht mal und betet gar nichts was macht sie holt da so eine dritte Person und erzählt weißt du was der Bruder hat das über mich geträumt und 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 dann ja und dann es verbreitet sich zweite Krankheit diese zwei Krankheiten machen die Gemeinde kaputt zerstört die Liebe zerstört das Mitleid zerstört also die Gemeinschaft zerstört die Gemeinde Yeshua Mashiach wir müssen alle Buße tun wir müssen alle unsere bösen Wege verlassen und umkehren alle alle es braucht da so eine wie sagt man das so eine riesige riesige Umkehr alle ich musste weinen weil ich das auch so oft getan hatte heutzutage wenn der Herr was zeigt ich bete ich bete ich bete bis ich sicher bin dass ich mit der Person erstmal zuerst reden soll und ich bete auch dass der Herr diese Person vorbereitet ich danke dir Joshua Maschia danke für dein Wort danke für alles was du in unserem Leben tust Amen